Ich habe zwei Hohenliseln im Gesicht. Damit kann man gucken. Ich habe nicht jeder die gleichen. Wenn man nicht so gut sieht, braucht man eine Brille. Lukas, seine sind blau. Irgendeine sind braun. Meine sind blau. Meine sind, glaube ich, so grün-braun, glaube ich. Meine sind blau. Man kann hier auch zumachen. Dann kann man sehen. Ja. Ja. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Ich habe nicht mehr. Wir sind noch da. Ich habe nicht mehr. Das currents ist nicht mehr. Auch in der pourquoi.